ach guck mal was da ist will ich schon wieder einen array wollen wir mal kioschheim einversuchen wui daru Na du? Kann man Hero of the City haben und gleichzeitig Voluntary Exile? Ich schmeiß die Glas-Bottles weg, weißt du das? Nö, eigentlich will ich eher die wegwerfen. Boah, schnell, irgendwo hin, wo man schlafen kann. Boah, Zombomat! Äh, wo ist mein Bett? Alter, nö, ne? Hahahaha, ich mache heute Sachen. Oh, guck mal was da unten ist! Da ist ne Bitch! Was macht die Bitch da unten? Warte, krieg ich die? Ne, ich glaube auf die Entfernung ist das impossible. Äh, nö, doch nicht! Hahahaha, ich habe sie gekriegt! Na du kack! Moin! Äh, 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 äh. Warte, kein Essen im Slot. Oh, äh, na du Arschgesicht! Oh man! Äh, den wusste ich aber jetzt wirklich sehr vorsichtig. Oh, ich will hier keine Löcher in der Wand! Nö! Und die kann man mit, äh, nicht mit dem Bogen bitte! So! Ja, es ist mir mal jetzt egal. Oh, guck mal! Na du! Äh, hundi, den kannst du nicht kriegen! So, die Frage ist jetzt, kriegen wir jetzt ein Raid? Wenn ich jetzt hier in die Village gehe. Also ich bin, äh, Hero Village, ne? Und, äh, eigentlich ist das hier Fortified bis zum Gehtnichtmehr. Hier kann uns mal gar nichts passieren, eigentlich. So, wo sind sie denn? Die mächtigen Villager, äh, Pillager meine ich. Oh! Äh, hundi wird drauf gehen. Hahaha, ne, wie ist es damit hin? Wo ist er denn? Hundi, äh, setz dich mal. Ich möchte nicht, ah, schubst mich hier nicht runter. Vogel. Hahaha, wie sie, wie sie hier mit ihren, mit ihren Türchen klappern. Ähm, na hundi, siehst du irgendwo die mächtigen, prächtigen Pillager? Oh! Oh! Äh, äh, weißt du, damit ich hier niemals aufs Korn nimmt, würde ich mal sagen, du gehst mal da runter. Sind die denn? Äh, ja, prima. Ha! Wo ist er denn? Ich höre den hier laut, aber... Oh, guck mal! Oh, guck mal! Raiders remaining 2, okay. Ah, guck mal! Wo sind denn die? Hallo? Ja, bleibt mal schöner drin, alle. Ich muss die Vögelchen finden. Was sind die denn? Vielleicht sind sie ja auch in die Näta gegangen, ne? Wie unsere Villager hier einfach so irgendwie völlig panisch hin und her laufen. Da stehen sie da in der Ecke rum. Na ihr? Wahrscheinlich da hinten bei den, beim Ausleger da hinten. Ist natürlich möglich, ne? Hui! Ich komm mal runter, Kollegen. Ich muss mich hier mal umsehen. Ach! Ich seh schon. Ja! Tötet sie! Oh! Äh! Ich habe leider... Wow! Scheiße! Oh! Okay! Äh! Ja! Das waren meine Erfahrungslevel. Wüsste das? Äh! Ja! Ja! Oh! Scheiße! Ja! Und der Raid ist wahrscheinlich noch am Abgehen. Äh! Ja! Das ist so scheiße jetzt. Ja! Das war meine Erfahrungslevel. 33 Stück fast. Digger! Aber egal! Ich habe Spaß gehabt. Ähm! Ja! Ja! Wir versuchen es mal. Über... Den... Äh! Naneter... Ja gut! Äh! Wir haben ja unsere... Ähm! unseren Happener. Also insofern... Ich hoffe mal, dass wir jetzt keinem Piglin begegnen. Ah! Ob der Raid noch existiert? Wenn ich jetzt... Also ich weiß nicht. Geht der Raid weiter, wenn man stirbt? Ah! Ansonsten wäre das ja... eine vorteilhafte Sache. Ah! Raid! Ein Raider Remaining! Okay! Geh aus dem Weg! Ach! Geh aus dem Weg! Geh aus dem Weg! Seid nicht so panisch! Vögelchen! Ha! Alles gut hier! Gebt mir meine Sachen wieder! Alter! Da habe ich den Scheiß... Dings da getroffen! Äh! 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 Aber wenigstens habe ich alle meine Klamotten wieder... Oh! Die Luftmurmel sieht aber schlimm aus! Und die Golden Boots auch! Weißt der? Ich habe eine Idee! Ja, trotz dass du mir wehgetan hast, Kollege! Repariere ich dich! Dich auch! Ja! Na du! Das war's! Dann mal mit dir! Ah! Wo ist der Dirt? Da ist der Dirt! Ich will mir das Banner holen! Oh! Äh! Ja! Prima! Dorfbewohner! Das war's für dich! Das war einer von meinen ausgebildeten Dorfbewohnern! Der musste ausgerechnet nach draußen laufen! Na klasse! Du nicht! Boah! Boah! Okay, was ist der Meille für den Bart? Ach ne, ich bin schon wieder! Boah! Ah! Ich bin schon wieder! Ach! die können nicht so schnell schwimmen wie ich das ist nämlich das coole am wasser dass die vögelchen pillager nämlich nicht schwimmen können richtig hey villager komm mal her kollege da rein da rein schnell dankeschön okay ich gehe einfach mal schlafen 33 erfahrungslevel ich glaube es hackt ich komme gleich die bestellung geliefert liebe villager bitte einmal kurz die füße stillhalten meine kartoffeln meine kartoffeln die immer mit ihren geklappern wo seid ihr denn wo sind die pillis eben schienen sie noch hier zu sein ok ich mach mal folgendes aua ja ich tue mir weh ok alles klar das war eine gute idee he ha 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 man auch die vögelchen können nämlich gut schwimmen So, nächster Raid, Incoming. Da sind sie, die Raiders. Pass auf, die mache ich so platt. Oh, da ist das Biest. Das kann auch nicht so gut schwimmen, hoffentlich. Cool. Na, Ravager, wie geht's dir? Hast du Aua? Also, das sieht aus, als wäre dieser Raid gleich auch mal vorbei. Ich habe Spaß gerade. Ich hätte mir ja auch einen Token of Undying in die aufhand packen können. Aha. Aha. Was war's? Eine Kohle. Tschüss. Ach. Lässt du meinen Golem in Ruhe? Wo ist denn da? Wo sind die nächsten Raider? Auf der anderen Seite von der Ortschaft. Okay. Alles klar. Ich sehe schon, wo. Ich sehe schon, wo unsere Golems machen gute Arbeit. Ah, ja. Guck mal. Moin Sen, Vogel. So. Ui. Hahaha. Ähm. Äh. Äh. Ich hätte bei den Fuchs erschossen sollen. Wo ist der letzte? Ah. Ach. Das ist wieder der nächste Raid. Alter Schwede. Das geht hier ab. Ich sehe es schon wieder. Oh. Es ist diesmal wieder mit dem Ravager. Am besten gleich von hier aus schon mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Wow. Da kommt das Biest. Okay. Ich werde mich mal ein bisschen aus der Schusslinie begeben. Wow. Däger. Ja, der Ravager hat keinen Bock mehr. Na, Vögelchen. Was machst du denn hier? Geh weg. Wow. Alter. Hat ein Gemetzel. Na, Vindicator. Ich habe ein Catering für dich. So. Oh. Oh. Ravager hat mich wieder auf dem Schirm. Oh. Weg, 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 weg. Schnell. Hahaha. Das war dann mal lattvig. Nicht abhauen. Vögelchen. Nein. Alter, ist das in Raid. Tegen. Ähm. Ich sehe Wechsels. Warte mal. Vielleicht, wenn ich mich hier hochbaue, kann ich ein Higher Ground kriegen und den Zauberer ausschalten. Lolo. Lolo. Ich sehe dich schon. Wolo, wolo. Du bist tot. Die Hexe da. Ups. Steht eine Hexe in der Nähe. Die will ich platt machen. Dann sind noch zwei Vindicator, die da mit ihren Echsen rumlaufen. Ups. Äh. Bleib stehen, du fiese Bitch. So. Das dürfte ich sie gleich haben. Ah. Ist noch gar nicht so einfach. Hab ich jetzt wieder einmal erwischt. Haha. Du kommst mit einem Messer zu einer Schießerei. Kollege. Oder mit Naxt. Alter, bleibt doch mal stehen. Wenn sie einmal anfangen, in ihren Rage Mode zu gehen, dann rennen sie aber auch wie irre durch die Gegend. Das läuft genau. Und man kriegt sie dann nicht mehr. Ah. Ah. Ich muss ihn nur noch einmal erwischen. Hahaha. Ah. 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 Ah, da ist er erledigt.